Ich hatte den Tag bis dahin ja total genossen, also so ich jeden Tag Pommes und Wellen ist gar nicht so mein. Ich hatte den Tag bis dahin. Ich habe mal gelesen, Geschwister heißt nicht, dass man sich liebt. Geschwister heißt, dass man zusammengehört, ohne sich lieben zu müssen. Ich hatte den Tag bis dahin. Vielen Dank.